hallo und herzlich willkommen zum definitiv vorletzten video des element drachens in diesem video wird der luft drache zu drei viertel bearbeitet bearbeitet und dann wird im letzten video über den erdrachen über die drachen wird dann das letzte viertel und das dekidding oder downkidding oder wie man es auch immer nennen möchte von statten gehen viel spaß beim video so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020